Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Street Fighter 6 Online Matches mit Yurihan. Wir sind dabei immer noch Platinum 1 zu werden. Ich kriege keine Rematches, Leute geben mir keine Rematches, wenn sie gewinnen. Ein totales Hin und Her. Okay, hier ist unser erster Gegner, Cammy Wise. Wollen wir mal schauen, ob wir es gegen sie schaffen. Okay, ich habe das checked. Das war knapp, aber die kann ich kriegen. Okay, hier ist unser erster Gegner. Okay, okay, okay. Sieg Nummer 1. Wir brauchen ja nicht viele Siege, meine Damen und Herren. Wir brauchen ja nicht viele Siege, meine Damen und Herren. Wir brauchen ja nicht viele Siege, meine Damen und Herren. Wir brauchen ja nicht viele Siege, meine Damen und Herren. Fuck! Oh, das ist schwer, Leute. Gott! Wieso? Wieso darf ich das nicht? Ey, wieso darf ich das nicht? Jetzt macht er mich alle! Scheiße! Ah! Immer mit Light Punch. Nix anderes. Dich singt das an. Das war's für heute. Ach, komm! Was? 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 Ich hab verloren? Wann hat der mir so viel abgezogen? Oh. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Gegner. Mann! Ich hätte den. Okay. Zangif. Oh, nicht so ein aggressiver, ey. What? Das ist nicht euer Ernst. Wieder so ein Typ. Das ist nicht euer Typ. Okay. Ey, ist das schon wieder derselbe Typ? Okay, Level 3, nicht zu früh raushauen, nicht zu früh raushauen, come on. Ich habe, sich nur mit der Schmerz, nicht zu früh rufen, aber zu früh rufen. Aber dann wird das so schön. Oh Wieder einfach wartet wieder Ach komm Das Match ist wieder vorbei Das Match ist wieder vorbei Weil er mich in der Ecke bekommt Mann Das darf nicht passieren Du hast dich bewegt Du hast dich bewegt Come on Mach nochmal denselben Scheiß Okay das war dumm Das war dumm Das darf ich nicht machen Das kann mir jetzt den Sieg kosten Das war dumm Das war dumm Das war dumm Das war dumm Zange verledigt Verletzt mich doch Okay Dann sehen wir uns beim nächsten Kampf Okay Wir haben unseren nächsten Gegner Marissa 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 Wir wissen ja Beine 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 Das ist ein fetter Elefant Alles klar Alles klar Ble novelty crying Heute Beine Keine Beine Keine Keine Komm schon, komm schon, komm schon. Dich kenn mal, Rissa. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Das war blöd. Oh, ich hätte einfach TP machen sollen. Scheiße, ich habe zu viel mit ihr rumgespielt. Komm schon. Komm schon. Komm schon, ich habe zu viel mit ihr rumgespielt. Ich hätte es geschafft. Ah. Komm schon. Okay. Ich habe kein Wake-up. 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 Das hat zu viel! Boah, ich hätte es vorher gewinnen sollen. Ich hätte es vorher gewinnen sollen. Das ist das Problem. Okay, Leute. Ein Sieg noch. Und dann sind wir Platin 1. Dann haben wir es geschafft. So ein Mist, ey. Hoffentlich kriegen wir das. Hoffentlich. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay. Oh shit, ein DJ. Ah! Hallo. Okay, let's fucking go. Mal gucken. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Okay, er hat... Ah, ich war in der Ecke. Ich habe so wenig Matchup bekommen gegen den. Ich verstehe ihn nicht. Mann, das muss ich nicht machen. Jetzt gerade gegen den. Ja, ich heißt dasse, die Nicht-Gertage dran sind. Oh ja. Okay 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 Das war's für heute. Schwierig. Das war's für heute. Das war's für heute. Was dir immer angeht, aber ja. Oh, das hätte ich wissen sollen. Das war's für heute. Oh, 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 okay. Leute. Das war's. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute.